Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge der PS19 Trainerkarriere hier mit dem FC Bayern München. Auf jeden Fall die letzte Folge rechts oben beim i verlinkt, die habe ich auch vor ein paar Tagen erst aufgenommen. Da können wir mal kurz reingucken was passiert ist und zwar haben wir es endlich geschafft auf dem höheren Schwierigkeitsgrad gut zu spielen. Oder haben Wurde schon ausgelost? Ah es Wurde schon ausgelost. Okay wir spielen gegen UFA, genau. Natürlich die kenne ich absolut. Aber er Wurde schon ausgelost tatsächlich. Okay ja das wusste ich nicht, aber anscheinend gibt es da keine Auslosung, sondern wird einfach ausgelost. Und auf jeden Fall haben wir 7-1 gegen Augsburg gewonnen. Das war tatsächlich das erste Spiel jetzt auf dem hohen Schwierigkeitsgrad, was wir richtig richtig hoch gewonnen haben. Weil auch auf dem alten Schwierigkeitsgrad habe ich irgendwie 2-5, 6-0, 4-0 oder so. Das waren natürlich super Ergebnisse. Aber 7-1 das habe ich da auch nicht geschafft. Und jetzt auf diesem Schwierigkeitsgrad hier, der schwerer ist, habe ich einfach mal ein 7-1 rausgehauen. Naja egal, auf jeden Fall spielen wir jetzt in der heutigen Folge gegen Mainz und gegen Leipzig. Und in der nächsten Folge, die nächste Folge wird auch ziemlich lang werden. Also mal gucken, da werde ich ziemlich lang auch aufnehmen für leider. Weil da ist die Transferphase, da werden wir bestimmt auch ein paar neue Spiele holen und so. Und mal gucken, ich weiß es nicht, vielleicht geht das auch relativ schnell. Schauen wir uns da mal an. Auf jeden Fall haben wir jetzt wie gesagt die 2 Spiele gegen Mainz und gegen Leipzig. Und da sind wir auch schon hier bei der Allianz Arena. Ja leider die Lizenzen sind hier nicht dabei, hier steht bei einer Arena. Aber es ist die Allianz Arena, man erkennt es klar und deutlich Leute. Denn ich habe mir was richtig, richtig Geiles überlegt einfach. Wir machen jetzt nämlich eine Trainerkarriere, so wie ihr sie kennt. Führen wir die weiter, bloß dass ich das ein bisschen kürzer schneide und nur noch weniger Szenen mit reinschneide. Dafür aber mit Storyline. Also es gibt hier ein bisschen Story, was heißt Story, aber es gibt halt so ein bisschen andere Sachen hier mit in dieser Karriere mit drin. Ihr könnt mir gerne super viele Tipps in die Kommentare schreiben, was ich für Spiele noch mit in diese Story bringen kann. Was für Ideen ihr noch habt, nicht nur wegen Spielen, sondern auch allgemeinen Ideen, wie ich die Story einfach besser machen kann. Ich mache das jetzt zum allerersten Mal und das ist auch eher spontan als groß geplant. Aber die Idee fand ich einfach so cool und ich wollte das unbedingt machen. Also wie gesagt, gerne Tipps reinschreiben. Wir werden die Karriere dann nach euren Wünschen ein bisschen gestalten. Das hier ist wie gesagt die erste Folge. Wenn euch das gefällt, dann schreibt mir das auch gerne in die Kommentare oder gebt einfach mal einen Daumen nach oben ab. Würde mich auf jeden Fall mega, mega freuen. Auf jeden Fall finde ich das super geil. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt hier rein ins Spiel gegen Mainz 05. Ja, wir haben uns von der 7er Straße hier bewegt und werden uns das Spiel jetzt dann vom Trainerrand quasi reinziehen. Wir gehen natürlich auch wie die Fans hier vorne rein, ist natürlich absolut klar. Und ja, mal gucken. So, ich habe jetzt nochmal kurz rausgeschaut. Also ich war jetzt schon drin bei den Spielern und habe die auch kurz schon mal angefeuert. Das Spiel beginnt jetzt gleich in 10 Minuten. Ein paar Fans sind schon drin, die hört man auch. Und ein paar sind hier noch draußen, hier am Stissel. Also das ist auf jeden Fall super cool. Übrigens handelt es sich hier um das Spiel Mannschaftsbus Simulator von den TML Studios. Wollte ich nur mal anmerken und jetzt, wie gesagt, geht's los. So, jetzt das Spiel gegen Mainz. Und die Startaufstellung ist ein bisschen durchgemixt, aber auch nicht viel. Also auf einzelnen Positionen, zum Beispiel wie im Tor, Ulreich. Aber Coman und Ribéry sind beide wieder fit und spielen auch beide wieder. Also die waren ja verletzt. Ribéry spielt halt für Gnabry, weil der gerade nicht so toll drauf ist. Und Robben ist ganz, ganz mies drauf. Und Coman ist ganz, ganz gut drauf. Und deswegen hier auch der kleine Wechsel. Und dann kriegt er auch ein bisschen Spielpraxis. Das ist super. Hoffen wir mal, dass wir hier auch gewinnen. Oh Gott. Die erste richtig gefährliche Chance. Ich glaube, wir haben schon die 35. Minute oder so. Ja, fast, aber krass. Crazy gespielt. Es passiert so gefühlt gar nichts. So. 0-0. Ein hoher Abschlag. 300 Punkte bekommen. Mega geil. Habe ich noch nie gemacht, scheinbar. Ja, ein bisschen mehr Ballbesitz. Vier Schüsse. Davon kein einziger Absatz. Tor. Das ist super. Das bockt. Da hat man richtig Bock. Ja, Mann. Coman Sotriges. Yes. 1-0. Dass wir in Führung gehen. Das ist wichtig. Weil hier passiert wirklich so wenig. Das ist unglaublich, Leute. Boah, nee. Was hat das denn? Komm mal. Okay. Schade. Aber das sollte es beim 1-0 belassen. Yes. 60. Minute kam es Sotriges. Mehr ist gar nicht passiert. Deswegen werde ich auch nicht viel reingeschnitten haben. Auch viel Gelaber hoffentlich rausgeschnitten haben. Ich habe nämlich viel gelabert. Ich hoffe, das habe ich nicht alles mit reingeschnitten. Super Sache. Ich würde sagen, wir gehen direkt rüber ins Spiel gegen Leipzig. Weil das wird hoffentlich spannender. 2-2 haben die gegen Schalke gespielt. Crazy. Leute, Leute, Leute. Das war ja crazy hier. 1-0. Natürlich mit der B-Mannschaft. Aber an sich. Das ist das. Zum Glück haben wir gewonnen. 3 Punkte. Und jetzt gehe ich erstmal nach Hause. Bevor wir jetzt dann nach Leipzig fahren. Uiuiui. So, Leute. Wir starten wieder hier an der Allianz Arena. Ja. Wir sind schon mal hergefahren. Ich habe jetzt mitgekriegt von Karl-Heinz Rüninger. Dass die Jungs mit dem Zug da hinfahren. Ja. Die Jungs sind da schon im Hotel. Bis wir da ankommen. Aber wir fahren auf jeden Fall hier mit unserem Reisebus hier. Den ich jetzt dann für mich allein beanspruchen kann. Mit dem fahren wir auf jeden Fall jetzt mal nach Leipzig zum Stadion. Und bis dahin sind die Jungs dann bestimmt auch schon wieder aus dem Hotel raus. Auf der Heimreise könnte ich sie sicherlich wieder mitnehmen. Aber das sehen wir dann. Ich fahre jetzt erstmal dahin. Leute, wir verlassen die Allianz Arena. Ich hoffe, man sieht sie da rechts noch so ein bisschen im Hintergrund. Und wir verlassen München und fahren jetzt in Richtung Leipzig. Und ich möchte nur, beziehungsweise Richtung Nürnberg. Wo ich ja wohne, Leute, übrigens. Ich wohne in Richtung Nürnberg. Jedenfalls sollte ich auf jeden Fall gesagt haben, dass ihr mir das auch gerne in die Kommentare reinschreiben könnt. Und wenn ihr sehen wollt, dass ich dieses Spiel mal anderweitig spiele, also in einer extra Folge oder in einem Livestream, dann gerne in die Kommentare schreiben. Weil ich werde die Fahrt jetzt rausschneiden. Ich werde euch nur dann zeigen, wenn wir wie gesagt in Leipzig sind. Also wenn ich das Spiel mal normal spielen soll, ohne die Trainerkarriere, dann gerne mal reinschreiben, ob ich das mal machen soll. Oder vielleicht sogar Livestreamer machen soll. Das bleibt euch überlassen, wie ihr das gerne hättet. Aber wollte ich nur mal gesagt haben. So, in Leipzig angekommen sind wir hier am Stadion. Ja, da hinten, das müsste das sein. Das ist absolut fett. Und ja, wir sind mit dem Bus hierher gekommen. Den Bus, den stellen wir jetzt hier ab. Denn der Busfahrer, der richtige Busfahrer, der muss die dann natürlich die Leute hier vom Bahnhof abholen. Die sind ja wie gesagt mit dem Zug an den Bahnhof gefahren, die ganzen Spieler. Und die müsste er jetzt dann noch abholen. Wir latschen jetzt aber mal rüber zum Stadion. Ich gehe einfach schon mal rein und warte dann einfach mal auf meine Spieler. Was für ein crazierer Eingang das einfach ist. Da hinten ist das Stadion, was man jetzt leider nicht mal richtig sieht. Und man geht hier quasi so hoch und dann hier irgendwie rein. What the fuck? Boah, scheinbar funktioniert das so oder so ähnlich. Auf jeden Fall ist da hinten das Stadion. Ich muss noch mal ein bisschen gucken, wie ich da genau reinkomme. Aber die werden schon VIP-Eingang für mich haben. Das Problem ist nur, dass hier noch keiner ist, weil das Spiel noch nicht angefangen hat. Aber wir schauen schon, wir kommen da schon irgendwie rein. Und dann sehen wir uns halt im Spiel. Nachdem ich das Team dann noch angefeuert habe. Und dann passt alles. Und 1 zu 0. Leipzig zu Hause. Leipzig ist natürlich ein anderes Kaliber. Und zu Hause, wie gesagt, der hätte Torbner für mich nur absolut scheiße. Die ist richtig hässlich. Das ist so eine dumme... Das passt gar nicht als träumende dieses Lied. Null. Was ein brutales Foul. Von wem auch immer. Der hat, glaube ich, Lewandowski jetzt verletzt. Und das ist gar nicht gut. Ja. Du kleiner Pisser, Alter. Volle Kanne von hinten rein. Wenn der jetzt gegen Leipzig ausfällt und dann auch noch die nächsten Spiele ausfällt. Alter, das ist wirklich richtig mies. Lewandowski wieder spielbereit. Okay. Ja, dann kommen sie mal rein. Da ist er doch. Komm, Lewandowski. Gut, dass du noch da bist. 1 zu 1. Ich sag's ja. Wenn nicht der trifft, wer dann. Schön, dass er noch drin ist. Schön, dass er noch mitmachen kann. Und dass dieser andere Typ, ich weiß wie gesagt nicht, wie er heißt, dass er ihn nicht komplett getötet hat. Das freut mich. Aber er hat schon hier wieder auch zur Gretsche angesetzt. Ich glaube, das war derselbe. Der hat's auf mich abgesehen. Ja. Oh, Mann. Da ist die Antwort. 20 Sekunden später. Nicht mal. Ich weiß nicht, wie viele Minuten oder Sekunden das im Spiel waren. Aber in echt waren es nicht mal 20 Sekunden. Da kommt Leipzig oder Werner und macht einfach wieder den Führungstreffer. 2 zu 1. Das wird wieder eine geile Partie. Es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Ich wollte schon losschreien und sagen, wieder Lewandowski. Er hat's auch verdammt gut gemacht. Sich hier durchgesetzt gegen Orban. Auf Robben gespielt. Und der wieder auf Lewandowski. Er stand gut. Gut durchgesetzt. Und dann setzt er den Ball neben das Tor. Fuck auf. Der hätte den sein müssen. Yes, Mann. Lewandowski. 2 zu 2 Ausgleich. Hoffentlich macht Leipzig nicht direkt danach wieder ein Tor. Ich würde Ribéry gerne auswachsen, weil der schon ein bisschen Fitnessprobleme hat. Bring einen Command einfach. Der ist auch richtig gut und schnell und so. Yes, Mann. 2 zu 2. Bitte einfach keine Niederlage. Unentschieden gegen Leipzig ist ja noch okay. Ein Sieg wäre natürlich noch geiler. Ist alles noch drin, Leute. Alles ist möglich. Nein. Ein Eckballtor. Leipzig führt durch Kampel. Da wird nicht mehr viel zu machen sein. Es ist für mich so schwierig, hier Tore zu schießen. Und Leipzig schafft es immer wieder in Führung zu gehen. Ich wollte den Torwart am Anfang rausholen. Dachte aber, das ist schon ein paar Mal schief gegangen. Deswegen lassen wir das. Vielleicht wäre es doch besser gewesen. Keine Ahnung. Nein, Mann. Mach doch irgendwas. Karmes hätte den ersten Schuss so gut gebracht. Und dann blockt wieder einer von denen. Mann, ich hasse das. Eine ständige Abgeblocke. Jetzt kommt wieder ein neuer, wie so ein Irrer. Oh, was. Also wenn, dann kriegen wir noch eine Chance. Wenn überhaupt. Und die muss sitzen. Ich habe ihn jetzt vorgedroschen, damit wir überhaupt noch eine Chance bekommen. Und er haut ihn wieder zurück. Ja, das war's. Niederlage. Der Schwierigkeitsgehalt ist halt noch ein bisschen zu stark für mich. Macht nix. Ich würde sagen, mit dieser Bilanz verabschieden wir uns jetzt von der heutigen Folge. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es dann heißt. Transfermarkt ist offen. Vorschläge bitte nicht reinschreiben. Auch wenn das gerne viele machen. Das Problem ist, wie gesagt, habe ich am Anfang der Folge schon extra deswegen gesagt. Wenn ihr Vorschläge jetzt reinschreibt, kann ich die nicht benutzen. Berücksichtigen, weil ich werde jetzt vorproduzieren. Wie gesagt, ich nehme jetzt noch ungefähr drei Folgen oder so auf. Zwei oder drei Folgen. Und bis dahin ist die Transferphase schon rum. Heißt, wenn ihr was geschrieben habt, dann ist das alles schon rum. Und das, äh, darauf kann ich nicht mehr eingehen. Also, da muss ich jetzt selber irgendwas machen. Schauen wir mal. Okay, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Lasst euch einen TikTok da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dahin. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020